Come on, es ist so schön, heute mit euch hier zu sein. Ohne Spaß. Lasst uns kurz aufstehen, okay? Und ich will, dass wir wirklich einen größeren Applaus, den ihr jemals hier im ICF gegeben habt, für unseren König Jesus geben. Okay? Halleluja! Jesus! Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir für dein Reich, wir danken dir für deine Ehre und wir ehren dich mit allem, was wir haben, Jesus. Halleluja! 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 Come on, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Es ist so eine Ehre, mit euch hier zu sein. Bleibt noch kurz stehen. Und ich will mit uns allen zusammen kurz beten, okay? Und zwar glaube ich wirklich, dass Gott heute Morgen etwas Besonderes vorhat. und wir beten alle zusammen. Ich bete vor und wir alle beten von ganzem Herzen nach, okay? Lieber Jesus! Lieber Jesus! Come on, ein bisschen lauter. Lieber Jesus! Lieber Jesus! Sprich in mein Herz! Sprich in mein Herz! Und verändere mein Leben! Und verändere mein Leben! Amen! Amen! Halleluja! Wir können alle unsere Plätze einnehmen. Gott ist hier. Wow, ich merke gerade erst, dass der Tisch echt klein ist. Aber das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich feiere das. Ey, so schön mit euch heute hier zu sein. Ich liebe eure Leiterschaft. Martin, Tanja, David und Sarah und das ganze ICF-Team. Ihr seid wirklich der Hammer. Und es ist so eine Ehre für mich, heute hier zu sein. Ich werde nicht viel um den Brei reden. Ich werde direkt in das Wort Gottes gehen. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute Morgen etwas Besonderes mit uns vorhat. Amen! Ich glaube wirklich, dass wir heute mit einer Erwartung kommen können und sagen können, Jesus, lass du wirklich heute deinen Geist in meinem Herzen wirken. Lass mich heute dich erleben. Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Und lass du dein Reich kommen. Lass du deinen Willen geschehen. Und ich glaube wirklich, dass jeder Einzelne von uns heute komplett verändert nach Hause gehen wird. Ich will euch noch kurz einen jungen Mann vorstellen. Und das ist Hannes. Hannes, steh mal kurz auf. Hannes ist ein mächtiger Evangelist aus Friedrichshafen. Er ist für die nächsten zweieinhalb, drei Monate hier in den Schwarzwald gezogen. Und ich will wirklich, dass wir einfach willkommen heißen hier in der Gegend. Dass wir wirklich offene Herzen haben. Ihr werdet ihn noch in den nächsten Wochen recht viel sehen. Er wird die nächsten Wochen mit vielen anderen Evangelisten, die gerade in den Schwarzwald ziehen, hier wirklich etwas Bombastisches in Bewegung setzen. Und es ist so eine Ehre, dich hier zu haben, Hannes. So cool. Yes, Halleluja. Ich habe heute ein Thema, wisst ihr, ich schäme mich nicht, das Evangelium zu predigen. Und vielleicht bist du heute hier und denkst dir, eigentlich kenne ich das Evangelium schon. Und vielleicht denkst du dir, eigentlich brauche ich das nicht. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, dass das Evangelium für jeden Einzelnen von uns jeden Tag erneut ist. Und dass Gott heute etwas Bombastisches freisetzen möchte. Die Bibel sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Okay, das heißt, wenn das Evangelium gepredigt wird, kann es nicht anders sein, als dass die Kraft Gottes freigesetzt wird. Ketten zerbrechen, Dinge passieren, die übernatürlich sind. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, geht und predigt. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Komm, halt die Kranken, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf und treibt Dämonen aus. Das sind Elemente, die sichtbar werden, wenn das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und ich glaube wirklich, dass heute Morgen etwas Besonderes passieren wird. Ich will anfangen mit einem Wort, das Tanja hatte, ich glaube heute oder vor ein paar Tagen. Und zwar hat sie es gerade mit mir geteilt. Und ich glaube wirklich, dass es so stark zu dem Thema passt, über das wir heute reden werden. Und zwar hat sie gesagt, dass sie ein Bild gesehen hat von Gullideckeln, die verstopft waren und wo das Wasser durchgeflossen ist. Aber es konnte nicht in die Kanalisation fließen, weil da so viele Dinge im Weg waren und die auch das Wasser komplett verunreinigt haben. Und einfach Dinge und Ketten und Sachen, die wirklich uns abgehalten haben von dem, was Gott für uns hat. Und ich will dir heute sagen, egal mit was du heute gekommen bist, Gott ist heute hier, Jesus ist heute hier und jede Kette wird zerbrochen werden. Okay, das heißt, egal mit was für einer Last du gekommen bist, vielleicht ist es Depression, vielleicht ist es eine innere Leere, vielleicht sind es wirklich dämonische Attacken. Vielleicht sind es wirklich Dinge, die dich jeden Tag belasten und belästigen. Egal, egal was es ist, ich habe heute Morgen eine gute Nachricht für uns. Das Blut von Jesus ist stark genug, dass es jede Kette, egal wie dick sie ist, egal wie groß sie ist, egal wie lange sie in deinem Leben ist, dass sie heute Morgen zerbrochen wird. Und dass du heute nach Hause gehst mit einer Freiheit im Herzen, wie du es noch nie verspürt hast. Vielleicht sogar sitzt du gerade da und denkst dir, eigentlich geht es mir gut. Aber Gott wird in der Message Dinge in dir aufzeigen und einfach nur zeigen, hey, schau mal und in dem Bereich möchte ich wirklich etwas Neues in deinem Leben machen. In dem Bereich möchte ich wirklich eine neue Freiheit in dein Leben bringen. Weil wisst ihr was, ich bin es satt zu sehen, dass Christen überall auf der Welt jeden Sonntag in die Kirche gehen und in die Kirche gehen und in die Kirche gehen. Aber trotzdem noch so belastet sind. Wisst ihr, wenn ich in das Wort Gottes schaue und das ist der einzige Ort, wo meine Autorität herkommt und ich glaube all unsere Autorität herkommt, dann sehen wir eine Sache, dass die Bibel ganz klar ist in einem Thema. Überall, wo Jesus hingegangen ist, wurden Ketten zerbrochen. Überall, wo Jesus hingegangen ist, ist das Reich Gottes mit ihm gekommen. Weil du kannst nicht das Reich Gottes haben ohne den König. Du kannst nicht das Königreich Gottes haben ohne den König. Das heißt, jedes Mal, wenn das Königreich Gottes auf die Erde kommt, ist der König genau dort. Und wisst ihr, Jesus sagt ganz klar, den, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich werde nicht mein ganzes Leben damit verschwenden, ein theologisches Seminar auszuarbeiten, was wirklich frei bedeutet, um dann festzustellen, dass man irgendwie den momentanen Zustand des Christentums irgendwie anbiegen kann an diese Bibelstelle. Dass man irgendwie sagen kann, okay, wirklich frei sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Wirklich frei bedeutet, dass man nach zehn Jahren frei wird, dass man nach 15 Jahren frei wird. Glaubt mir, das ist eine Lüge, die im Reich Gottes umherrscht wird. Und ich glaube wirklich, dass wir sie heute Morgen entlarven werden. Und dass Gott mit seinem Reich und mit seiner Kraft kommen wird. Und dass sein Reich etabliert wird mit Kraft und Vollmacht. Und Dinge passieren, die uns wirklich frei machen. Halleluja. Jesus hat heute was Besonderes vor. Und er liebt dich so sehr. Und er hat so einen wunderbaren Plan für dein Leben. Okay, das Thema, um das es heute geht, ist der Kampf um dein Herz. Wisst ihr, in unserem Herzen findet ein Kampf statt. Es gibt keine neutrale Zone, in der wir uns befinden können. Die Bibel ist ganz klar und Jesus ist ganz klar, dass entweder wir sind mit ihm oder wir sind gegen ihn. Entweder wir sind frei oder wir sind gefangen. Es gibt keine Gefängniszelle, in der man in der Tür stehen kann. Mit einem Fuß im Gefängnis und mit dem anderen Fuß in der Freiheit. Sondern Freiheit bedeutet komplett frei zu sein. Und im Gefängnis zu sein bedeutet komplett im Gefängnis zu sein. Und ich will mit uns dazu in eine Geschichte gehen. Und zwar ist es in Markus 5, ab Vers 2. Das ist wirklich eine starke Geschichte. Und zwar hat Jesus, in dieser Geschichte geht er praktisch über, mit dem Boot, über den See und er kommt in einer Stadt an. Und auf einmal heißt es in Vers 2, Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit seinen Steinen auf sich. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sich nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun, nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Drängten sie Jesus dazu, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm zu bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er ihnen. Und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunen. Halleluja, was für eine Geschichte. Und das wird heute meine Hauptgeschichte sein, an der wir uns ein bisschen umherzingeln werden. Und zwar ist hier eine Geschichte, wo Jesus gekommen ist in ein Gebiet. Und das Gebiet war bekannt, dass Menschen in Grabhöhlen gelebt haben. Und auf einmal kam ein Mann von diesen Grabhöhlen und er kam zu Jesus und Jesus hat ihn mit sehr besonderen Worten empfangen. Und ich will ganz kurz auf die Worte eingehen, mit denen er sie befangen hat. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten. Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten. Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Lass es mal ein schönes Willkommen heißen. Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Jesus wusste, was er in sich trägt. Und er wusste, dass er gekommen ist, um Gefangene freizusetzen. Und dieser Mensch war gefangen. Menschen haben ihn probiert, mit Ketten zu bändigen. Und es steht, dass er diese Ketten, egal wie dick sie waren, er hat sie geschafft, mit seinen Armen zu zerreißen. So sehr er es auch geschafft hat, mit seinen physischen Armen diese Ketten zu zerreißen, war er doch mit Ketten und seinem Herzen umbunden. Und keiner konnte diese Ketten zersprengen. Und ich glaube, wir kennen das. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt, wo es einfach keine Lösung gibt in menschlicher Hinsicht. Depression, Angst, Schlafstörungen, Dinge, die uns wirklich belasten Tag und Nacht. Ketten um unser Herz, dämonische Attacken, dämonische Träume. Das ist eine Realität, aber nicht viele reden in Deutschland darüber. Aber die geistliche Welt ist genauso real, wenn nicht noch realer, als die menschliche Welt, in der wir uns befinden. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, dass heute Morgen ein Moment der Wahrheit ist, wo die Mächte der Finsternis komplett offenbart und entlarvt werden. Und wir bringen jede Kette ans Licht und sagen, Jesus, wir geben dir die Chance. Jesus, komm du mit deiner Kraft und setze uns frei. Egal, was uns belastet, egal, in was wir gefangen sind. Sei es Sünden, sei es einfach nur Dinge, die uns zerstören, jeden einzelnen Tag. Ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Gott möchte nicht, dass du weiter in diesen Dingen lebst. Sondern er möchte heute Morgen frei machen, ein für allemal, genauso wie diesen Mann. Und zwar haben wir hier gerade gelesen, dieser Mann aus den Grabhöhlen. Jesus kam zu ihm und hat gesagt, verlasse diesen Mann, du böser Geist. Und auf einmal, in einem Moment, es hat keine zehn Jahre gedauert, in einem Moment ist das Reich Gottes in Vollmacht und Kraft gekommen. Und was ist passiert? Der Mann wurde frei. Und auf einmal sitzt er da und er sitzt neben Jesus in schöner Kleidung, lächelt und grinst. Und die Freude des Herrn hat sein Herz erfüllt. Vielleicht denkst du heute hier, Mann, es wird bestimmt ein richtig hartes Wort. Es wird vielleicht ein bisschen hart, aber, weißt du, das Schöne ist, in dem Moment, wo wir die Ketten und Sünden aus deinem Leben bekommen, danach herrscht Freude. Danach herrscht Freiheit. Danach bist du wirklich an einem Punkt, wo du sagen kannst, Halleluja, ich bin frei. Und ich kenne Jesus. Und ich habe eine lebendige Beziehung mit ihm. Und alles wird sich verändern von dem Moment an. Wisst ihr, in der Geschichte, was so spannend ist, es war wirklich, wenn man es aus deutscher Sicht sieht, ein sehr anderer Gottesdienst, der da stattgefunden hat. Überlegt euch mal einen Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo ihr auf einmal einen Livestream zugeschaltet bekommt von einer Schweineherde, die 2000 Schweine beinhaltet. Und auf einmal kommt der Prediger nach vorne und treibt einen Dämonen aus, schickt ihnen die Schweine und ihr seht auf dem Livestream, wie 2000 Schweine einen Abhang herunterstürzen. Das wäre mal eine andere Art von Gottesdienst. Aber wisst ihr, die Menschen haben gedacht, wow, das ist ein bisschen anders, als wir den Messias erwartet haben. Aber wisst ihr, ich kann uns nur sagen, die Zeit, in die wir eintreten, ist eine besondere Zeit. Und wir werden Dinge sehen, wo viele sagen werden, wow, das ist ein bisschen zu viel für mich. Aber ich will dich heute ermutigen, öffne dein Herz und sei einfach hungrig für alles, was Jesus für dich vorbereitet hat. Weil erst dann, in dem Moment, mit dieser Herzenseinstellung, können wir wirklich alles empfangen, was er für uns hat. Und dann sehen wir in dieser wunderbaren Geschichte, dass Jesus, sie haben ihn angefleht, verlass unsere Gegend. Bitte, 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 Jesus, wir wollen dich hier nicht. Geh weg. Und Jesus, als ein Gentleman, hat die Gegend verlassen. Und der Mann wurde zu einem Ambassador, zu einem Botschafter von der ganzen Gegend. Und auf einmal ist er in das Zehnstädtegebiet gegangen und hat angefangen zu erzählen. Er wurde zu einem lebendigen Zeugnis von den Ketten, die in seinem Leben zerbrochen wurden. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Ketten, die in seinem Leben zerbrochen wurden, wurden auf einmal zu einem so starken Zeugnis, dass überall, wo er hingegangen ist, Ketten zerbrochen wurden. Und der Kampf, der im Herzen der Menschen stattgefunden hat, wurde auf einmal komplett besiegt. Und Friede und Freude ist auf einmal in das Herz gedrungen. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich glaube, wir leben gerade in einer sehr starken Zeit, wo all diese Elemente benötigt werden wie noch nie zuvor. Wir brauchen eine neue Ladung von dem Prinz des Friedens in unseren Herzen. Wir brauchen eine neue Ladung von dem Prinz der Gerechtigkeit. Wir brauchen eine neue Ladung von dem Prinz der Freude. Und das Schöne ist, es ist alles in unserem wunderbaren Jesus. Das heißt, all diese Elemente können wir empfangen, indem Jesus in unserem Leben etwas tut und etwas auslöst, was so viel schöner, größer und stärker ist, als alles, was wir uns vorstellen können. Ich will in ein Zitat von Charles Spurgeon gehen. Und zwar ist das wirklich ein Zitat, das sehr stark unter die Haut geht. Ich habe es probiert, so gut es geht, zu übersetzen. Deswegen habt ihr ein bisschen Barmherzigkeit mit mir. Aber ich glaube, wir werden verstehen, um was es geht. Und zwar heißt es, es gibt kein größeres Gespött, als einen Sünder einen freien Menschen zu nennen. Zeige mir einen Sträfling, der in Ketten schuftet und nenne ihn einen freien Mann, wenn du willst. Zeige mir einen Sklaven, der an einem Ruder gekettet ist und unter der Peitsche des Aufsehers leidet. Nenne ihn einen freien Mensch, wenn du willst, aber nenne niemals einen Sünder einen freien Mensch, solange er der Sklave seiner eigenen Verderbtheit ist. In unserem natürlichen Zustand trugen wir Ketten nicht an unseren Gliedern, sondern um unsere Herzen. Fesseln, die uns fesselten und uns von Gott, von Ruhe, von Frieden, von Heiligkeit, von etwas wie Freiheit des Herzens, des Gewissens und des Willens fernhalten. Das Eisen drang tief in unsere Seele ein. Und es gibt keine schrecklichere Sklaverei als diese, so wie es keine Freiheit gibt, wie die Freiheit des Geistes. So gibt es doch keine Sklaverei, die mit der Knechtschaft des Herzens vergleichbar ist. Wisst ihr, wir waren gerade in der Ukraine und so viele haben uns angegriffen, dass wir den Menschen das Evangelium gebracht haben. Vor allem Christen, weil die wahrscheinlich die einzigen sind, die wirklich ein bisschen verstehen, was das bedeutet. Und es war so traurig zu sehen, weil wir geben den Menschen Kleidung, Unterkünfte, Suppen, Getränke, Wasser. Aber wir lassen sie an uns vorbeischreiten mit Ketten in ihren Herzen. Wie viel wichtiger ist es? Und ich sage nicht, dass das eine wichtiger ist wie das andere. Es ist beides wichtig, aber wie wichtig ist es, dass wir wirklich mit der Kraft des Reiches Gottes kommen und Ketten zersprengen überall, wo wir hingehen. Ich glaube, wir alle kennen unsere Region hier. Und wenn wir darüber nachdenken, dass jeder, der nicht mit Jesus unterwegs ist, Ketten um sein Herz hat, leidet unter diesen Dingen, ehrlich, dann kann ich nicht leise sein und sagen, okay, ich will einfach mein Leben dahin leben und will einfach so weitermachen, wie ich immer weitergemacht habe, sondern ich will das Mandat Gottes an mich nehmen und sagen, Jesus, in deinem Namen, wir werden sehen, wie Ketten zerbrechen überall, wo wir hingehen. Mein Thema ist heute das Kampf in unserem Herzen. Okay, das Kampf in deinem Herzen. Der Kampf, sorry, das Kampf. Der Kampf in deinem Herzen. Und wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Halleluja. Es gibt kein neutrales Territorium. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wisst ihr, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich, mit Jesus zu sein und gleichzeitig auch mit dem Teufel zu sein. Okay, es gibt kein neutrales Territorium. Das ist so die größte Lüge, die in unserer Gesellschaft umhergeht. Das heißt, hey, ich wurde ja getauft, als ich ein Jahr alt war, habe aber nichts mehr mit Gott zu tun und das Schöne ist, ich lebe mein Leben mit einem Fuß und mit dem anderen Fuß kann ich immer noch behaupten, dass ich getauft bin, weil es in meinem Pass drinsteht, evangelisch oder katholisch. Das ist die größte Lüge, wo Gott wirklich sagt, hey, es gibt kein neutrales Territorium. Entweder ihr sammelt mit mir oder ihr zerstreut gegen mich. Wisst ihr, das Bild kommt von einem Schafhirten und seinen Schafen. Was ein Schafhirte tut, er sammelt. Was ein Löwe tut, er zerstreut. Du bist entweder ein Schafhirte oder ein Löwe. Entweder du sammelst oder du zerstreust. Es gibt kein hybrides Tier, das den Kopf eines Schafes hat, aber den Körper eines Löwens oder eines Wolfes. Und genau das gleiche ist auch Realität für uns heute, wo Gott ganz klar sagt, hey, entweder wir sammeln mit ihm oder wir verstreuen gegen ihn. Und ich will es ganz, 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 ganz klar machen heute Morgen. Wenn du dich nicht bewusst für Jesus entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen Jesus. lass mich dir kurz ein Bild dafür malen, wer von euch ist verheiratet? Wow, wirklich viele, das ist echt schön. In dem Moment, wo euer Ehemann oder du als Ehemann, du deiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hast, können uns alle bestimmt daran erinnern, es war ein wunderschöner Moment, und du weißt noch, dass wenn in diesem Moment du nichts gesagt hättest, keine Antwort ist auch eine Antwort. Okay? Genau das gleiche ist auch bei Jesus. Du kannst nicht sagen, hey, ich lebe ja so irgendwie mit ihm, aber irgendwie halt doch nicht. so, ich habe mich nie bewusst für ihn entschieden, aber ich habe mich ja eigentlich auch nicht gegen ihn entschieden. Okay, lass mich dir eine Sache sagen, wenn du dich nicht entscheidest, entscheidet die Zeit für dich. Und die Zeit hat sich schon für dich entschieden. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz klar, und ich will dir wirklich die Linie ganz klar ziehen, dass es kein neutrales Territorium gibt. Offenbarung 3, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeilen aus meinem Mund. Das sind die Worte von Jesus, wo er sagt, hey, ich will dich nicht mit der Welt teilen. Entscheide dich, warm oder kalt. Das eine oder das andere. Nichts dazwischen geht. Und ich will gleich noch ein Bild dazu malen. Und zwar in 1. Könige 3, Vers 16, Entschuldigung, dass ich das Wort Gottes benutze, während ich das Wort Gottes predige. 1. König 3, Vers 16, Salomos, weises Urteil. Okay, ich werde jetzt nicht die ganze Stelle lesen, aber die Geschichte geht so, dass es zwei Frauen gab, die beide Prostituierte waren. Es waren beides Huren und die eine Frau und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in demselben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah, drei Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus. Nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand mitten in der Nacht auf, nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief und legte ihn in ihre Arme und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen genau und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau aber sprach, nein, sondern mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene aber sprachen, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. So redeten sie vor dem König. Und jetzt steht König Salomon vor dieser Entscheidung und er sagt, hey, was soll ich tun? Die eine Frau kommt und sagt, dieser eine Sohn, er gehört mir. Die andere Frau kommt und sagt, nein, er gehört mir. Und dann, ich glaube, ein paar von uns kennen die Geschichte, kommt König Salomon und spricht und sagt, der Sohn, der lebt, ist, und der König sprach, dieser spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König, bringt mir ein Schwert und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, zerschneidet das Kind am lebendigen Leib in zwei Teile und gibt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welche der lebendige Sohn gehörte zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, bitte mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht. Jener aber sprach, es soll weder dir noch, weder mir noch dir gehören, teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Was für eine Weisheit. Gott spricht hier und sagt, hey, genau so, wie, wie die Mutter, die wirklich die Mutter ist, nicht das Kind in zwei geschnitten haben wollte, genau so will Gott uns nicht mit der Welt teilen. Er möchte nicht, dass das Schwert uns mit der Welt teilt und dass wir 50% mit ihr gehören, mit der Welt gehen und 50% mit Gott gehen. So er sagt, weißt du was, die Welt nimmt diese Person komplett, anstatt, dass sie zerteilt wird. Gott will uns nicht mit der Welt zerteilen. Er will uns von der Welt zerteilen oder von der Welt trennen. Das Schwert ist nicht gekommen, um uns mit der Welt zu zerteilen und mit der Welt uns, sag ich mal, in zwei Hälften zu reißen, sondern das Schwert ist gekommen, um uns von der Welt komplett abzutrennen, damit wir frei sind von all den Ketten, die uns noch an dieser Welt halten. Und wisst ihr, es gibt kein neutrales Territorium in unserem Herzen. Es ist ein Kampf in unserem Herzen. Und der Feind will dich nicht loslassen. Die Ketten, die in unserem Herzen sind, er will nicht, dass sie gehen. Und gleichzeitig klopft Gott an unser Herz. und er sagt, komm zu mir. Aber wenn du zu mir kommst, ich lade dich ein, komm komplett zu mir. Mit allem, was du hast. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns einen Heiratsantrag gemacht. Er hat gesagt, ich liebe dich, meinen Sohn und meine Tochter, so sehr, dass ich dir die freie Entscheidung gebe, ob du mit mir leben willst oder ob du nicht mit mir leben willst. Aber es ist deine freie Entscheidung. Gebe mir entweder dein ganzes Herz oder ich lasse dich gehen. Aber Gott wird uns nicht mit der Welt zerteilen. Und ich spüre so sehr, dass der Heilige Geist heute eine klare Linie ziehen möchte und sagen möchte, hey, entscheide dich. Entweder Jesus oder nicht Jesus. Entweder wir geben unser komplettes Leben ihm hin und sagen, Jesus, was immer du für mich möchtest, was immer dein Plan für mein Leben ist, wie auch immer es aussieht, ich möchte dir gehören und ich möchte dir alles geben oder wir sagen, okay, ich glaube, ich war hier, aber es war mein letzter Gottesdienst. Ich hoffe das nicht, aber ich will, dass du heute eine klare Entscheidung triffst. Weil diese Entscheidung wird dein Leben komplett verändern. Ich habe mit einem Mann geredet, ein sehr guter Freund von mir. er hat sich vor ungefähr, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahren bekehrt und wir haben erst in den letzten Tagen geredet und er sagt, weißt du was, ich war für Jahre, bin ich in die Gemeinde gegangen, jeden Sonntag, jeden Mittwoch und ich saß in den Stühlen, aber ich habe nie die hundertprozentige Entscheidung für Jesus getroffen. das gibt es. Und ich glaube wirklich, dass das sich ändern wird und ändern muss. Weil es kann nicht sein, dass wir jahrelang in Gottesdienste gehen und trotzdem zwischen zwei Stühlen sitzen. Es kann nicht sein, dass wir in Gottesdienste gehen, aber wie der Teufel leben. Es kann nicht sein, dass in unserem Leben keine Frucht des Geistes hervorkommt, sondern das Einzige, was aus uns rauskommt, ist das Reich des Teufels. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute in uns etwas Übernatürliches und Besonderes machen möchte. Video vorbei, Message beendet, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.